433 433 433 433 433 433 433 Sorry Leute, ich muss gerade einen Cut machen Meine Mama rufen Während der Aufnahme rufen Meine Mama Das ist mega Trattini in der Nähe Was? No way Ich geh zur Trattini Das ist da drüben Wieder bei der Brücke Das geht doch nicht Die Brücke bringt Glück Gestern, Montags Heute Trattini Nein, nein Du brauchst nicht umgehen Jo Das ist ein seltener Pokémon Das ist ein seltener Pokémon Das ist ein seltener Pokémon Spawn Und nur zwei Giraffe Ein Enton und Kappa drinnen Warte mal Ich glaub die heißen Giraffe Die heißen Lavi Warte, wo ist mein Kira Kira, die will hier Die für Einführungen ausmachen Warum alter? Das heißt Giraffarik Giraffarik Und schau mal was ich gestern für Pokémon gefangen hab Das ist ein Vogelbaum Ich weiss von so komischen Scheiss Nein, die ist geflüchtet Ich hab auch gerade oben Bei mir ist es nicht geflüchtet Ja, die weiß Aber wenn sie knüpfen Dann ist er immer nur da Ja, das ist immer Komm, mein Meister Scheiss Alter Alter Ja 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 Zeig her Alter Wie schwer kriegst du Bei mir auch Wir müssen da rüber Verdammt Wir müssen da vorne Oh na Bitte Trattini Spawn einfach Ich mag jetzt nicht über die Straße gehen Oh, guck, ich bin unter die Hübe da Ich sag Da Alla, please, Digger Und falls ihr das nicht so gescheit hört Das ist die Das ist eine Straße Ja, Google Wir sind gerade auch in der Innenstadt Ja, Google Ich sag bitte Trattini Mauke, wir machen in die Schule Kino, ne? Ja, wir gehen morgen in die Schule Kino Warum auch genau Alter, warum Annelie Philipp? Was ist das für ein Name? Annelie Philipp Das ist oben Mann Hört, um noch zu fragen Bei mir ist es noch da Zeig her Zeig her Schau mal an, wie viele Girafferick, Alter Die Girafferick Alter Und das sind Annelie und Ken Spawnfass Oh, schau, das ist der Zehner Spawn Na, Zehner Ding Ähm Scheiße Wir kommen Wir kommen daneben Rüber Scheiße Zurück und über die Straße Komm Schnell Verdammt, was ist das für ein Leben Verdammt, was ist das für ein Leben Drei Kran auf Einmal Da Einmal rüber und dann ist noch einmal Da Schau Schau, da ist es Ganz hinten Nein Drei Ne Ah Ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es So, ich hab mich hart Das ist das, das ist dann Das ist super wie groß Ja Wie Stratini Die werden los war Stratini ist aber echt selten Ja Die hab, glaub ich, erst zwei Schauen wir die Die hab nur eins Ich glaube, ich habe drei oder zwei. Ich glaube, ich habe auch drei. Komm, schnapp sie mir an. Alter, ich höre mir jetzt, ich fahre. Ja. What's going on? Alter, schon wieder ein Quiekel. Es ist ein Quiekel gerade da. Es kommt. Ja. Alter, es ist so unlogisch. 94 WP und das ist ein orange-gelber Kreis. Alter, wie viele halten es denn? 360 WP. Bei mir hat es 19. Das ist roter Kreis für mich. Roter Kreis? Ich weiß gerade, ja. First try, Alter. Alter, schrei gleich. Radfratz. Das ist einfach Radfratz gespawnt. Du weißt ja, du gehst auf den Radweg. Nein. Das ist wie egal. Ich sag mal, für Sekunden da ist ein Verwandiger. Dann brauchen wir. Ja, ja. Ich sag mal, wenn ihr auf den Radweg geht, ist ja gedacht, mach doch mal oben. So, jetzt aber. Jetzt, Ratini, du kommst jetzt. Ja. Ja. Aber, wie geiler ist. Was? Wie viel Meter? Wie viel Meter? Mein, meine, 5k, äh ja. Bald. 900 Meter. Alter, wir haben 500 Meter, Digga. Das packt heute. Ah ja, wir packen heute 5 Kilometer, Junge. Wer? Ja. Ja, wir packen heute mal 10 Kilometer fix. Das bringt man nachher den Kaffee. Ja, ja, genau. Aber, 10 Kilometer müssen wir halt fixen. Ist auf jeden Fall mal 10k. 1, 2, 3. Mach mal, ey. Oh, mach mal. Wir haben eh genug Zeit, habe ich schon. Ja, ja. Ja. Boah, wir haben 4 Stunden. Schreibt mal in die Kommentare. Ja, wir haben jedes Mal 5 Stunden außer Morgen, glaube ich. Ja, wir haben heute 4 Stunden gehabt, gell? Ja, warte mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine Wochenhausaufgabe habt, oder eine auf einem Tag. Ihr habt noch keine genug Zeit. 3. Ich bin 4. Ich habe eine Wochenaufgabe. Das ist so unlogisch. Warum für eine Woche eine Aufgabe? Eine einzige. Was? Wir haben das auch schon einmal. Keine. Das ist aber so scheiße. Ja, so scheiße. Wir müssen schon am Freitag abgehen. Meistens am Montag. Aber da haben wir am Montag Ski fahren haben, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Ich kann nicht so viel reden. Jetzt kommt's gleich, Ratini. Ratini. Come on. Oh, Sanana-Beeren. Come on, kleines Baby. Yahoo. Hey, wo ist das? Alter, Ratini, du wirst mich doch jetzt nicht verarschen. Alter. Tja, ich bin genau im Pokestop. Ratini, es ist... Es ist sicher ganz... Ich hab's, Ratini. Ja. Ja. Ich bin jetzt nicht gestorben. Ich hab Scheiße. Ich hab keine... Ich hab Kostanana-Beeren. Ich schon. Scheiße. 100? Ja. Ratini. Yo, Allah. Geil. Meins hat ja 300. Jetzt check die EV durch, Alter. Warte mal. Meins hat 200. Ja, drinnen. First try. Was? Schon first try? Bei mir nicht. Bei mir ist Superball. So, jetzt schon gibt's die V-Werte. Ja, drinnen. Thanks. Sehr gut. Sehr gut. Seine Angriffswörter sind seine beste Eigenschaft. Und seine Wörter sind wirklich hoch und gut ab. Dein Trattini ist ein bisschen klein geraten. Meinst du nichts? Ja. Okay. Was meinst du von mir? Hallo Fly. Ja. Der Trattini ist insgesamt ein gutes Pokémon. Das ist ein welcher Eingriffswert. Ich muss sagen, dass ich von seinen Werten sehr beeindruckt bin. Dein Trattini ist kleiner als normal. Bei dir auch. Ja. Meine Analyse ist dann... Ja. Wie groß ist dein Trattini? Und wie viel wiegt dein Trattini? Warte, ich schaue. Warte, ich schaue. Meine Trattini... Die große ist 1... 1... 1... 7... 71 meint's auch. Und dauert gleich viel, wir haben das Gleiche. Ja. Meins hat nur mehr Buffet. Die hat bald... Komm! Die hat bald... Die hat bald... Die meint den Begriff an Trattini. Die Dragunier! Ja... Ungefähr 75 IV. Ja, ein Trattini 75. Ähm... Ja. Meins hat auch genauso viele. Ja, genau das kleinere. Eigentlich könnte das schon Dragunier gut sein. Ja, das Dragunier könnte echt viel sein. Ist das eigentlich eine Schicht? Ich bin blind. Was? Nein, das ist ein Metall. Ich habe mir gedacht, das ist ein Schicht heute. Boah! Ha! Alter! Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ja. 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 Echt jetzt erst? Ja, ich bin blind. Ja, ich bin blind. Aber... 5K! Was? Oh, 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 oh. Nice, nice. Nice, nice. Alter, ich krieg so viele Eier. Also schau mal, weißt du noch, vorgestern habe ich nur 20.000, jetzt habe ich 40.000 mehr. Ja, aber du hast dich so zu froh, ich bin blind. Und ich habe auch... Alter, die haben echt jetzt aus. Die haben auch voll viele vorkommen, zusammen mit mir. Ja, du, Alter. Aber du hast geklappt. Boah, Bruder, 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 du hast geklappt. Was? Alter, das sind immer viel. Boah, das ist klar. Boah, das ist klar. Hey, ich bin blind. Oh, shit. Oh, shit. Ich kenne dich auch, Simon. Ja, du warst ja bei uns in der Schule. Ja, ja, Simon, gell. Ja, also. Ich war fit, du warst ja jetzt im 5. Jahr. Ja. Ja. Er ist jetzt. Bitte. Ja, ich habe wusste, ich habe es geschafft. Was sind wir noch? Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hey, warst du mit davon? Mhm. Hi, war das vertreten? Ja, du. Links, rechts? Warum? Links. Nein. Ja. Das ist... Wenn man so... Ja, ja. Ja, weißt du. Ja. Ja, und ich bin gestärbt und so, dass es links ist. Ja, okay. Wir haben schon eigentlich genug. Gute Not, das ist Notenball im alten Halbjahrszeugnis. Ja. Ja, aber das ist auch so. Ja. Wieder mal. Ein, zwei, ja. Ja, wir haben jetzt bei jedem... Ja, bei Peter. Eine Wunde und... Ja, bei jedem Zeugnis jetzt immer alles eins. Ja, bei jedem Zeugnis jetzt immer alles eins. Ja, wie immer bei jedem Zeugnis eins. Ja, ja, ich hab's jetzt Dienstleist, Schularbeit. Mhm. Wie nicht? Ja, jetzt seid ihr noch dritte Klasse. Du hast es fein, du weißt ja nicht, wie das ist. Links? Ja. Oh, ja, ich hab's auch. Also jetzt ist es wieder schulisch. Nein. Nicht. Aber... Nicht schlecht. Schön einfach. Wir haben das Spiel. Wir haben das Spiel. Nein. Ist das gut? Also wir haben Fußball gehabt. Dann haben wir Peter. Weil wir sind dann Sportplatte und Sportschule. Dann haben wir Volleyball gehabt. Und jetzt haben wir Kinder. Ah, jetzt war es sozusagen für den Ball. So geil, Spieltag. So geil, Spieltag. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Wir haben halt sie... Wir haben nicht gut durchgelegt. Wie viel Meter lang? Alter! Wie viel Meter lang? Wurde sie verraschen. 400 Meter lang. Beine Pokémon lang. Ist sicher. Hallo? Hier, Pikachu mit 3000 Level lang. Kashi. Okay, ich will einen. Ich hab Rhyde... Ich hab Rhyde schon. Ja, Papa. Aber es ist halt auch nicht mehr. Er ist mein Nachbar. Ja. Ich hab's in einem gleichen Haus wie er wohnt, aber er ist halt in einer anderen Wohnung. Ja, wie heißt die Straße? Ja, ich wohne hier. Hier ist die Mannschaft der Straße 5. Ähm, Marco? Siehst du die danach? Hm? Weißt du Marco? Ja. Wie heißt er? Peter, Hans? Warum kann ich den Power Link? Äh, jetzt schon? Ja, mein Handy. Ach so, scheiße. Ich hab ja nicht mehr den Power Link angeschaltet. Äh. Scheiße, ich kann da mal 2 Minuten aufnehmen. Dann muss ich hochladen. Ähm, super. Weil ich kann nur 15 Minuten aufnehmen, dafür muss ich noch hochladen. Äh, 20. Ja. Wie viel ist meins? Nein. Nein. Was ist jetzt schon wieder verloren? Wie viel hat die Box gekostet? Keine Ahnung. 50 Cent. Das ist. Und das ist der Kind. Das. Alter, er hat nicht schwer. Oh mein Gott! Ein Milliland Meter. Nicht einmal 40, nur 40 Meter, dann hast du 10 K. Alter, Alter! Alter! Alter, du musst schon mal denken. Ey, Apparat, Alter! Apparat. Ach, Apparat. Alter, du musst allein mal ein bisschen warten. Du bist links oder geradeaus? Alter, wie viel Giraffix einfach in der Nähe sind. Giraffix. Ja, Giraffix. Ja, Giraffix halt. Nicht Giraffix. Alter, jetzt haut's ab. Danke, blödes Pokémon, Alter. Ähm, ja, Nidoran. Hab ich gefallen! Okay, tschau, Leute.